Sag Waller. Nein. Da ist jetzt der Cheap Code, wie ich 10K-Tickets verkaufe. Das ist so wie so ein Ninja-Move, den man hat. Ich kaufe das alles mehr oder weniger ab. Wir sind heute in Stuttgart und zwar bei Tim Gabel. Die meisten Leute kennen ihn wahrscheinlich aus YouTube. Einer der bekanntesten Menschen in unserem Alter eigentlich, oder? Die in Deutschland so sind. Aber er ist jetzt, glaube ich, weggecringed davon, dass ich das gerade gesagt habe, obwohl es aber die Wahrheit ist. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, ich bin gespannt, was mich jetzt erwartet. Wir werden gleich Podcast drehen. Mal sehen, ob du aus mir einen anständigen Coach machen wirst. Schauen wir mal. Was wird? Was wird? Du bist auch schon Coach, Fitnesstrainer. Seit Jahren. Aber wir sind hier in seinem Office. Ich weiß nicht, ob es so viele Videos von eurem Office gibt. Geht nicht so viele, ne? Was macht ihr denn alles genau? Mach mal raus. Kann ich einmal durchführen. Also im Endeffekt, was wir machen, ist einmal, das Ganze entstand aus Social Media heraus. Also typische Creator-Economy-Geschichte. Nico und ich haben Geld gemacht, wollten nicht in den Knast kommen wegen Steuern, haben das wegen Firma gemacht. Dann irgendwann so gemerkt, dass wir nicht an Lidl an der Kasse arbeiten wollen, wenn wir halt irrelevant sind. Das heißt, dann haben wir gesagt, okay, mit Product-Pacements verdienst du X. Aber dann nehmen wir dieses Geld, stecken das halt in Produkte rein. Und dann hatten wir irgendwelche Ideen oder Phasen gehabt, wo wir gesagt haben, ey, an das glauben wir, darauf haben wir übel viel Bock. Dann ist was daraus entstanden. Jetzt einerseits mein Podcast, also was wir jetzt gleich machen werden, da es jetzt hier sind... Seit wann machst du den? Warte. Vincent, seit wann mache ich Podcasts? An Dezember 2019. Okay, also Dezember 2019, ja. Das ist wie bei uns, wenn ich auch mal den Alex frage. Alex, was haben wir noch mal da gemacht? Nein, das ist ja so manchmal wie so, wenn ich auch mit Rappern bin oder so und ich so sage, ey, der Track ist voll geil und die sind dann so manchmal, äh, hilf mir kurz auf die Sprünge. Und dann vergesst du manchmal auch... Ich weiß das, ich kenne das ja. Also Podcast? Genau, da haben wir jetzt fünf Cutter zum Beispiel und Videografen und so, also machen wir alles selber. Also ganze Video-Content-Production. Also auch Nikos-Content machen wir hier. Die ganzen Shorts, blablabla. Und sonst, Ola Kala ist im Endeffekt die ganzen Klamotten, die wir machen. Also machen das jetzt nicht so auf, wir hauen irgendeine Agency an und die schicken uns Klamotten, die halt mit einem Logo bedrückt sind oder so. Sondern zum Beispiel jetzt hier allein dieses Tanktop ist wirklich sehr kompliziert zu machen. Das sind alles eigene Schnittteile. Wir machen das Design, das Engineering, alles komplett selber. Hast du unten die Prototypen... Ja, wir waren gerade in der Schneiderei, ne? Im Prinzip. Genau. Schneiderei, wo die Prototypen hergestellt werden. Die Quali ist richtig krass. Da hast du auch diese eigene Tasche da. Dann hat er gefragt, was kostet die? Und dann habe ich gesagt, jo, wenn ich jetzt bei Gucci oder bei Louis Vuitton holen würde, würde ich es bestimmt 2000 Euro kosten. Aber bei euch im Shop, vielleicht wird der Preis jetzt noch erhöht. Nein, 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 150, 150, 150. Ich meine, das ist auch so ein bisschen bei uns. Kommt da jetzt nicht aus den besten Verhältnissen und wollte aber mich immer gut anziehen. Und dann war das hier so... Solacolor soll immer stehen für die bestmögliche Qualität, das beste Design für halt den fairesten Preis, den wir hinkriegen. Was du selbst früher gekauft hättest. Genau. Halt nur nicht für diese horrenden Summen. Wenn ich jetzt 2K für eine Tasche, ist mir halt schon ein bisschen teuer. Also sehr teuer. Aber wenn du das halt hinkriegst, vielleicht auch die Produktionsstätte herauszufinden, wo solche Taschen gefertigt werden, die 2000 Euro kosten. Und halt dort deine eigene dann fertigst in einer Qualität, die dieselbe ist. Finde ich, das ist halt eine coole Sache, weil es für den Konsumenten einfach und halt für die Fans halt was Geiles, weil du halt weißt, okay, ich kriege halt einen Artikel, der mich wahrscheinlich selber überleben wird, der eine Top-Qualität hat. Und ich muss jetzt nicht diese horrenden Summen dafür zahlen. Dadurch, dass wir halt jetzt nicht diese krassen Marketingkosten haben wie andere Leute, können wir halt full ins Produkt gehen und dort halt alles reinstecken. Hier seht ihr jetzt Lorenz. Heute auch vor der Kamera. Lorenz macht die Podcasts. Auch Quereinsteiger, eigentlich Ingenieur, lustigerweise. Aber hat dann gesagt, hat Bock, Videos zu machen. Das macht er auch extrem gut. Das ist hier der Mann meines Vertrauens. Der guckt, dass dieser Raum in Ordnung bleibt. Und das Podcast kommt. Also da könnt ihr euch bei ihm bedanken. So personell zum Beispiel eine ganz interessante Sache. Der junge Mann ist einer von ganz wenigen, die Kreativität verstehen, aber gleichzeitig noch organisiert sind. Weil normal ist es immer so, entweder hast du gute Ideen und die sind super unpünktlich und halt unzuverlässig oder die sind zuverlässig, aber dafür langweilig und die Sachen sind scheiße am Ende. Er kann beides. So eine sehr interessante To-Do-Liste. Wände aussuchen, Boden aussuchen. Ja, das unten ist ja nur unser interimmäßiger Raum. Also hier, wir machen... Bauen wir ein neues Studio? Genau. Sonst, was haben wir hier? Das ist so notmäßig zweiter Meeting-Raum geworden. Ah, geil. Unser halber Stauraum. Hier haben wir vor allem für die App die Algorithmen eigentlich geschrieben und so. Welche App? Ja, MC. Also wir machen so eine super App gebaut, die Trainingspläne, Mobilitypläne, Ernährung und Cardio komplett algorithmiert. Heißt, du gehst da jetzt halt einmal rein, anstatt jetzt irgendwie 17 Apps runterladen zu müssen, um bei jeder 5 Euro im Monat liegen zu lassen, kannst du in unsere rein und du gehst einmal dieses Onboarding. Du schagst in eine Reihen und zahlst 50. Nee, weniger. Nicht auf einen Monat 50, ja. Nein, also ich kann es dir zeigen, du musst sehen. Die ist wirklich, also die ist... Ja, ich habe schon mal Videos gesehen. Ja und, was sagst du? Hast du mal probiert? Man konnte es ja noch nicht, Mutterler war doch so für Testleute. Genau, genau, genau. Am Anfang jetzt, oder ist es jetzt offen schon? Werden wir jetzt bald aufmachen. Also für einen Drop. Dann nehmen wir die Freischale, dann teste ich die. Ja, gerne. Ihr seht halt im nächsten UGC-Content, Markus. Ich habe die MCI-App getestet. Ja, hier machen wir manchmal so Team-Meetings-mäßig, aber die Bank passt nicht mehr jeder drauf und ist halbe Müllhalde geworden für den Rest gefühlt. Wie viele Leute habt ihr? So ungefähr 50. 50 ist ja ordentlich, habt ihr eine gute Payroll auf jeden Fall. Ja, also man muss auf jeden Fall Druck immer am Ende des Monats Geld zu machen. Mein Vater hat immer gesagt, unter Druck entstehen Diamanten. Hört sich an wie ein Kalenderspruch, aber der ist tatsächlich wahr. Ist echt so, kein Scheiß. Hier im Raum hatte ich schon mal eine Video gefehlt. Ja, den sieht man oft. Genau, hier ist so ein Meetingraum. Im Endeffekt, was wir halt machen, ja, wir besprechen halt Kollektionen mal hier. Sind die denn da auf dem Bildschirm oder? Genau, zum Beispiel. Dann wird hart diskutiert und wird sich hart angegangen. Das war ein Proto von so einer ganz alten Kollektion, die wir einfach aus Joke gemacht haben. Haben so Karten gemacht. Guck, hier auch haben wir herausgefunden, wo Yu-Gi-Oh-Karten produziert werden mäßig und haben quasi einfach so als Goodie die gemacht. Auch selber Layout gemacht, Texte geschrieben. Ich bin jetzt nicht dafür bekannt, dass ich Werbung für andere Produkte mache aus unserer eigenen. Aber Quali ist schon sehr, sehr geil. Ich habe jetzt noch nie eine gekauft, aber ich werde mir auf jeden Fall jetzt auch so eine Weekender bestellen. Nee, sobald wir welche haben, ich schicke dir. Guck mal, wir stehen ja mit Plus aus dem Vlog raus. Aber wir machen das wie mit diesen Dingern. Du zahlst dann 300 dafür. Zahlst so viel, wie sie dir wert ist. Was wir auch noch so parallel gemacht haben, sind so Sportgeräte mäßig. Wie zum Beispiel den Ball haben wir selber gemacht. Das Witzige ist, dass wir dann auf, wir haben den eigentlich so als Amazon-FBA-Produkt geplant. Ich dann komplett den zu teuer gemacht habe und das dann halt auf Amazon in Anführungszeichen nicht funktioniert, weil der halt zu teuer ist für keine Ding-Brand. Auch viele, so ein interessantes Ding, wo man auch Fehlentscheidungen getroffen hat mit der verkopften Art und Weise. Das ist immer ganz witzig, weil ihr macht euch ja logischerweise viele Gedanken. Aber ich glaube, wir sind genauso. Wenn ich meine Videos produziere, dann mache ich mir auch unnötig viele Gedanken, wo jeder sagt, ob der jetzt matt ist oder nicht matt ist oder glänzt oder nicht glänzt. Weiß ich nicht, ob das den Unterschied macht in den Sales. Vielleicht nicht, aber ich glaube auf lange Sicht tatsächlich, dass es sich lohnt, die extra Meile zu gehen, weil die meisten Leute da halt echt immer auf Quick-Fixes, schnell Growth, schnell was der nächste Hack und keine Ahnung. Das ist das, was ich meine. Bei uns sehe ich das nämlich auch ähnlich. Deswegen fühlt es ja alles gleich an. Wir machen auch viele Sachen, die bei unserem Design zum Beispiel, über das CI und wenn wir eine Kampagne machen. Ich finde euer Logo nicht schlecht. Also dieses Baulicht mit zwei B und Unendlichkeitszeichen und so. Nein, ehrlich, also passt zu euch so. Sag Waller? Nein. So, machen wir weiter, oder? Das war früher mein Office. Hier guck, ich hatte so einen Fingerprint-Scanner, damit ich mich immer schön einschließen konnte. Und dann hattest du noch eine Wand, damit niemand reinkommt? Genau, nee, wir haben jetzt hier den Tisch. Das ist der Meditationsraum jetzt, oder? Wir drehen hier gerade tatsächlich so Sportvideos. Also hier werde ich mal ein paar Klasse-Raum machen. Der war früher hier. Also wir sind quasi in das andere Ding, damit wir hier das Neue aufbauen können. Lass mal unter Drehen gehen, oder? Ja. Also der Podcast ist deswegen wahrscheinlich interessant, weil ich glaube, du bist ja nicht der größte Fan von Online-Coachings. Guck mal, was heißt ich, also wir werden gleich länger drüber sprechen. Ich bin halt, ich glaube, da würdest du mir zustimmen, wahrscheinlich sind 80 Prozent des Marktes sind die, die am allerkrassten rumblenden, am allerkrassten rumschreien und die, die halt am Ende auch nicht wirklich das deliveren können, was sie an Preisen abrufen. Ja, das gibt es durchaus, klar. So, und wir haben ja einen Weggefährten, den wir beide kennen, der symbolmäßig so dafür steht, für diese Art von Coach. Und ja, deswegen ist so die Frage, ja. Mit dem du auch eine gleiche persönliche Fede hast. Aber dann werden wir jetzt Deep Dive gleich. Machen wir gleich, ja. Genau, ein kleines Geschenk. Einmal ein sehr, sehr geiler Whisky fürs Team. Fürs Team, weil er trinkt nicht, habe ich mir schon gedacht. Aber das ist halt eins für Nico, eins für dich. Was ist das? Ja, mach mal auf. Ja, ja, klar. Da ist jetzt der Cheap Code, wie ich 10K-Tickets verkaufe. Uff, Alter, das sieht aber jetzt hier... Oh, oh, Travel Case. Ja, Mann. Alter. Das ist perfekt, das ist nämlich noch... Hä, was ist das? Wie ist das? Ach so, das ist, dass du die quasi so reinlegst. Ah, warte. Du legst die sozusagen so rein? Normalerweise sind die ja immer so anders, ne? Ja, genau. Also anderswo. Das ist eine Rolle, die packst du einfach da rein. Und die ist halt extrem hier, kannst du, kann halt nicht zerdrückt werden, ne? Ey, crazy. Danke. Ey, das ist voll unangenehm. Ich sitze die ganze Zeit, weil ich denke, und du stehst und ich sitze wie so ein ***. Ja, ich habe mir gedacht, weil ihr habt ja mehrere Watches, nehme ich mal an. Und die kann man auch gut beim Training irgendwie, wenn man das mal irgendwo reinlegen will. Ja, ein Spind dann so voll gechillt. Genau, da schrönt ihr auch immer einen Zug. Machst du eine Story und sagst, ey, mein Spind hier. Falls ihr mal Bock habt. Wenn ich im Flugzeug bin, dann fange ich die mal meine Tasche so, weißt du? Ehrlich? Da kannst du ja gut pennen dann. Ja, ich liege ja, wenn du dann Business Class liegst, ne? Business Class. Vor allem, wachst du auf, hast deine Uhr zerkratzt? Ja, ich habe auch. Man kennt es. Ich habe ein bisschen Macken da drin, Alter. Also ich trage das. Er ist ein Gebrauchsgegenstand, aber. Ja, ich glaube, das ist immer die erste Woche, wenn man eine neue Uhr hat, dann ist man sehr vorsichtig damit. Dann kommt der erste Kratzer rein. Kennst du diesen Ausweichreflex, den du einfach hast, weil du diese Uhr hast? Weißt du, der kommt schon immer auf der Straße entgegen, du machst schon so, oder du gehst durch eine Menge, und dann machst du... Ja, ja, ja. Dieses Ausweich, das machst du von selbst irgendwann. Das ist echt so. Das ist so wie so ein Ninja-Move, den man hat. Über drei Stunden auf dieser Couch. Leute, der Podcast wird auf jeden Fall wild. Dragon Ball Z war Thema. Also wenn ihr das... Der Stubiose-Insekten-Strategie bei Yu-Gi-Oh! Genau. Meine Yu-Gi-Oh!-Strategien, wie ich da schon immer alles abgeräumt habe, ist auch dabei. Und ja, das... Ja, aber es ist interessant. Also man merkt einfach, du sprichst aus Erfahrung, und ich finde es auch gut, das tut jetzt, wie gesagt, also so als typisch. Kaufe ich das alles mehr oder weniger ab, ja? Also ich finde diese... Nein, ich habe es dir gesagt, diese ganze Branche hat für mich halt dickes Fett das Trust-Problem. Weil die Art und Weise, wie man sich halt vermarkten muss, ist halt echt... Ja, man, du kennst ja auch viele Unternehmer, du merkst ja, ob einer real ist oder nicht. Ja, 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 ja. Du wahrscheinlich auch. Also das ist halt so... Guck mal, das ist eine ganz andere Art und Weise, darüber zu sprechen. Und ich liebe Bücher lesen und so, aber das sind Sachen, da kannst du echt nur aus Erfahrung. Also da brauchst du Erfahrung. Das ist wie Gym. Du kannst so viel lesen, wie du willst, am Ende musst du trainieren gehen. Richtig. Du siehst einem dann an den Händen an, ob der auch trainiert oder nicht, an den Schwierigkeiten. Jetzt hast du dir da das weggerubbelt, damit du hier hart wirkst. So, Leute, wir waren bei Tim und wenn wir in Stuttgart sind, ja, da ist BTK in Bissingen nicht weit entfernt. Shindi ist hier, aber noch eine ganz andere, besondere Person kommt aus BTK in Bissingen und zwar unser Freund, der liebe Kai, Kai Leingang oder auch Kai Watch weiß, wie man nicht auf YouTube nennt. Oder Kai Watch. Oder Kai Watch. Wer hat das nochmal gesagt? Das Andro. Das Andro, genau. Ja, schön, dass ihr da wart. Mega. Die sind einfach spontan zum Abendessen gekommen. Wie geil ist das? Kai hat eben mitgekriegt, wir sind in Stuttgart, ich habe ihm Bescheid gesagt und dann meinte er, ich gehe jetzt Steak kaufen. Dann haben wir gerade wirklich das beste Steak, was mir jemals jemand so privat daheim zubereitet hat. Ey, geil. Wir gegessen wirklich Bombe. Das ist wirklich dank dem Frank. Ich habe es von Frank gelernt. Da, wo ich das Video mit ihm gedreht habe. Das ist der YouTube-Kanal, den hast du auch mit aufgebaut. Ja, genau. Vielleicht für alle Leute, die ich noch nicht kenne, Kai hat einmal selbst einen großen YouTube-Kanal zum Thema Luxusuhren und deswegen hat er auch so eine special seltene Uhr hier am Start. Nicht ganz so special wie du. Ja, die ist schon auch sehr, sehr, sehr krass. Mit dem Onyx-Style, eine Vintage-Olex Daydate. Aber er macht auch YouTube-Consulting, das heißt, er hilft Leuten dabei, mehr Reichweite aufzubauen mit dem YouTube-Kanal, vor allem in diesem Mainstream-Bereich. Also wirklich mit 60.000, 100.000 Views auf dem Video, was auch nochmal so eine Kunst für sich ist. Und da hast du diesen Stay-Kanal aufgebaut. Ja, genau. Auf meinem Markus-Baulig-Kanal sind wir auch hier gerade ein paar Experimente da machen zu zweit. Ich habe das Glück mitwirken ein bisschen zu dürfen bei Markus und was die da auf die Beine stellen, so ein bisschen meinen kleinen Stecken auch mit reinzustecken. Eine Prise, eine Prise Kai. Eine Prise, genau. Und da bin ich ganz stolz drauf. Es ist echt geil, auch dass ich, ja, es ist echt schön mit euch zusammenzuarbeiten. Es ist echt krass und schön, dass ihr da wart. Ja, danke, dass du uns eingeladen hast. Extra zum Metro gefahren und zwei Kilo Dry-Edge-Filet gekauft. Ich glaube, eins habe ich auch alleine gegessen. Dementsprechend sind wir gestärkt für die Heimreise. Wir haben am Wochenende unsere Marktführer Mastermind, deswegen müssen wir auch jetzt los. Vielen Dank, dass wir hier sein durften, Bro. Markus, danke, dass ihr gekommen seid. Alex, an dich natürlich auch. Und Leute, ich habe so einen geilen Tag gehabt. Ich schwöre, das war einfach der Hammer. Wenn ihr selbst irgendwie ein Business habt und weiter wachsen wollt, das ausbauen möchtet, geht auf unsere Webseite www.andreasbaulig.de Tragt euch mal ein für ein Gespräch. Checkt das Ganze ab. Und dann lernt ihr auch so geile Typen kennen wie zum Beispiel Kai auf einem unserer Events. Und ja, viel Liebe nach draußen. Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.